Wohin bin ich? Bin ich tot? Klar, wenn du hier liegen bleibst. Es sind drei Sekunden in der echten Welt vergangen. Nach einem Atemzug und das war's. Nein, ich darf noch nicht sterben. Du hast nur einen Ausweg. Gib mir deinen Körper und ich rette deine Schwester. Du erwartest, dass ich dir vertraue? Ich zwinge dich nicht. Aber wenn du stirbst, überlässt du deine Schwester diesem Baster. Ende. Werde ich verschwinden? Keine Ahnung. Versuch's mit Beten. Sie heißt Mare. Und ich bin Akito Isoki. Jetzt stellen wir uns vor. Na schön. Nenn mich K.K. Den alten Namen gibt's nicht mehr. K.K. Bitte hilf. Mare. Das ist Karten-Raus. Bobby. Und mir hängt sie ständig in den Ohren, dass ich es zumachen soll. Heuchlerin. Marie. Marie! Ich bin... Komm schon. Freiß dich zusammen. Ich bin immer noch hier. Kannst dich glücklich schätzen. Siehst recht. Hübsch aus, Kumpel. Fresse! Also, du lässt mich jetzt deinen Körper benutzen, ja? Das habe ich nie gesagt. Und ich bin immer noch hier. Was? Machst du jetzt einen Rückzieher? Das habe ich nicht gesagt. Wie du meinst? Ist doch recht gemütlich hier drin. Weißt du, wohin das Arschloch meine Schwester gebracht hat? Wenn sein Plan aufgehen soll, muss er so ein Ritual durchführen. Dann müssen wir nur wissen, wo... Mach mal halblang. Der zerquetscht dich wie eine Fliege. Eins nach dem anderen. Wir müssen erst mal woanders hin. Ich meine, eben, wo er kurz vorm Stern war, meinte er so... Ja, helf mal, Mario, übernimm meinen Körper. Und jetzt so... Hey, ich will meinen Körper wieder zurück. Na gut, kann ich schon verstehen, wenn du denn doch nicht tot bist so, aber... Könnte ich nicht auch so wieder zurück? Hm. Na gut, gehen wir mal lieber zum Aufzug. Mal schauen, ob die beiden noch irgendwie Freunde werden. So. Na gut, wir haben nicht so viel Auswahl. Okay, fangen wir mal runter. Ich bin schon bereit, dass mich irgendwer angreifen wird gleich. Okay, hier kommen wir wieder nach draußen. Hatten wir das schon gesehen. Patientenkarte. Koyoko Kuda. Zentralkökenhaus von Shibuya. Bitte legen Sie beim ersten Krankenhausbesuch des Monats Ihre versicherten Karte vor. Geil. Dass man die gar nicht jedes Mal vorzeigen muss. Das ist interessant. So, dass man dann so häufig hier, dass das dann auch so stammkundenmäßig ist. Warum sind diese auch noch da? Die hatte ich doch mitgenommen. Statt der Schatten. Statt der Schatten. Kapitel 2. Sorg. So. Der Schatten. Der Schatten. Der Schatten. schon lange? Ja, hat mich aber nicht vor dem Tod bewahrt. Genug geredet. Wir müssen los. Wo will er denn hin? Unser erster Halt ist für die Saga. Okay. Okay. Schätze manche in den Nebel? Oh. Okay, das lassen wir mal lieber. Ah ja. Gefährlicher Nebel. Nebel entzieht dir Leben und kann dich umbringen. Du tust gut daran, dich nicht allzu lange daran aufzahlen. Okay. Gut Spiel. Merket mir. Ja, was spricht hier? Da wird wahrscheinlich die Polizei oder so was sein. Wir müssen hier die Tür offen. Okay, hier ist Nebel. Okay, okay. Ja, gut. Mein neugieriges Ich wird nicht befriedigt in diesem Spiel. Den möchte ich aber mitnehmen. So. Ja, wenigstens aus der Ferne. Totoko Cinemas. Okay. Da hinten schwebt ein Auto. Ich glaube, das soll so sein. Soll dieser schwarze Baum da oben auch sein? Ich bin mir unsicher. Ich gehe, glaube ich, lieber mal außen. Oh, Moment. Das nehmen wir noch mit. Was ist das? Finden wir es raus. Da ist ein Auto. Kriege ich das von hier aus? Das ist zu weit weg. Ah, das ist zu weit weg, leider. Wir können, glaube ich, noch ein Stück nach vorne. Wen haben wir denn da? Sie sind uns im Weg. Schalte sie aus. Wer? Oh, ah, ich sehe sie schon. Hallo, Freunde. Na, ich brauche mal so einen Multi-Angriff für alle. Au. Gott, der hat sich wieder gehalten. Da hinten. Sau. So, einer ist schon mal erledigt. Oh, oh. Er wirft mit Hüten. Oh, sorry. Bäm. Jetzt aber. So, wo ist der andere Typ? Da war noch einer. Hm. Da war aber noch einer. Der Typ hat sich einfach verpisst. Oh, toll. Kann ich hier lang gehen? Ah. Okay. Ja, ja. Da war nicht mal Nebel. Okay. Ich futter vielleicht mal kurz was rein. Oh, perfektes Blocken. Oh, perfektes Blocken. Blocken L1 im letzten Moment vor einem gegnerischen Angriff löst. Perfektes Blocken aus. Perfektes Blocken bewährt einen Angriff ab und du erleidest keinen Schaden. Nice. Habe ich das gerade geschafft? Cool. Mal gucken, wie lange noch. Autsch. Ja, ich sag ja. Wie weich ich denn aus? Das hat eigentlich noch nicht gelernt. Ich halte aber auch was aus. So. Du hast das? Dann fehlt nur noch das Tor. Na ja. Moment, ich nehme die Sachen hier noch kurz mit. Mit meinem E.T. Finger. Okay. Ich kann das L2. Tori reinigen. Okay. Sehr schön. Wegbereite. Oh, ich glaube, wir haben den Nebel bereinigt. Gut. Wir können die Tore immer noch reinigen. Hey, wirf mal einen Blick in den Schrein. Hatte ich gerade vor. Kakarua-Sutsu. Ein kurzer Stab, an dem mehrere Glöckchen befestigt sind. Shinto-Schreinpriesterinnen benutzen sie bei rituellen Kagura-Tänzen. Die nehmen wir mit. Na gut. Ich hatte jetzt eigentlich nicht vor zu tanzen, aber... Das war's. Gehen wir weiter. Wenn du meinst, dass ich das brauche. Ich war da mit. Ich sehe noch. Oh. Na Hundi! Na Hundi! Anschieber! Oh, da will ich hin. Das sind auch welche kaputten Sachen. Schaut, da komme ich nicht hin. Willst du im Hundi? Da müssen wir bestimmt auch gleich hin. Okay, da ist wieder Nebel. Und wir sollten was futtern. Jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr. Oh, doch, haben wir noch. Okay. Aha, guck mal, das Schild hier. Bam. Let's mit dir. Und das sieht auch nicht normal aus. Hundi! Hallo, Hundi! Was ist los? Warum bellt er? Da drinnen! Heigen wir sie auf! Und es ist Zeit, sie zu retten. Diese Wesen haben mir als genug Schaden angerichtet. Hundi, geh mal in Deck um, bitte. Okay. Bäm. Ja, ich bin auch dabei. Ach, scheiße. So. Du Typ. Machst mal bitte nicht weiter. Komm mal raus, im Schild raus. So. So, was machen wir jetzt mit ihm? Sagst er einfach. Ah, okay. Ah. Sie wurden eingezogen. Das hat dann wohl geklappt. Jetzt zu Schritt zwei. Sehr schön. Mal ausschauen nach einer Telefonzelle. Wo ist der Hund? Die gibt es noch? Jetzt mach einfach. Natürlich ist es keine, oder? Nein. Könnten wir Fotos oder so drin machen. Die nehmen wir noch mit. Aha. Goldspa. 42. Cute. Mhm. Jetzt hat hier was zu essen. Kann ich da mitnehmen. Ah, nee. Oder kann ich was lesen. Der japanische Kalendereintrag 1, Shibun no Hi. Das Datum basiert auf dem Mondkalender, liegt aber gewöhnlich etwa am 23. September. Auch bekannt als Ohigan oder Herbsttag- und Nachtgleiche. Ein Tag, an dem sich unsere Welt und die der Geister am nächsten sein sollen. Vielen Familien nehmen das zum Anlass, die Gräber verstorbener Vorfahren zu besuchen. Gilt in Japan offiziell als Nationalfeiertag. Aber ich glaube, den haben wir noch nicht. Ich glaube, wir haben den 9. September schon zumindest im Hotel. Wann das aktuell ist. Ich hab grad Silent Hill Hotel irgendwie gelesen. Das fehlt mir noch. Ah, jetzt kann ich überall rumlaufen. Das ist ja cool. Uh, Geld. Maika. Gelbe Ätherkristalle. Während du Shibuya erkundest, stößt du gelegentlich auf leuchtende gelbe Ätherkristalle. Zerstöre sie, um wertvolle Maika zu erhalten. Können wir uns da mit den Geister-Sachen kaufen? Hm. Unheil für Geister. Okay. Die Zahl irritiert mich noch ein bisschen, weil eben war 290 oder so. Darf ich hier hoch oder kriegen wir Schaden? Okay, geh lieber nicht hoch. Ah, ach Huni! Ah! Das ist der beste Paar dann im Spiel, wenn man Hunde streicheln kann. Wo ist denn dein Freundin? Ah, wie süß! Wie süß du bist. Ah, da war noch so ein brauner Shibu. Wo ist der denn hin? Ich weiß, dass die Tiefvorn sind, aber... Ah, hier ist der Nebel wieder. Ah, okay, da unten ist auch Nebel. Sollte ich wahrscheinlich auch noch nicht hingehen. Hallo, Huni! Ähm, willst du mir irgendwas zeigen? Na, die Telefonzelle wahrscheinlich. Sollte ich hier lang gehen? Ah! Sieh an! Die Katze starrt mich an. Welche Katze? Ich sehe keine Katze. Äh... Okay, da sind die Müllsäcke wieder. Von da kommen wir. Können wir auch noch lang gehen. Was macht dieser schwarze Baum da? Das ist schon der nächste. Der Neonbezug. Okay. Ich würde gerne mal wieder was zu essen finden. Können wir hier was zu essen draus holen? Nein. Das ist ein halt für ein Baum. Was ist das? Das ist jetzt nicht wichtig. Ich gehe weiter. Sicher? Sieht aber wichtig aus, hinten laufen auch immer die Viecher rum. Na gut. Lauf ich hier lang. Oh, okay. Mann kann mir dort spielen nicht irgendwie zeigen, dass da auch Nebel drin ist. Das ist doch doof. Da ist was zu essen. Na gut, dann telefonieren wir wohl mal. Okay, was jetzt? Nimm den Hörer ab. Ich erledige den Rest. So hätte ich auch noch nie jemanden eine Tastatur bedienen sehen. Ed hat die gebaut. Halt mal das Katashiro ran. Sie verwandeln sich wieder in ihr altes Ich zurück, wenn wir sie freilassen. Was ist das für ein Teil? Ach. 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 Du. Ein vergebliches Unterfangen. Nur ich allein kann diese Seele Jetzt trete zur Seite. Du bist kein Retter. Zur Seite treten? Komm schon. Wir müssen raus und so vielen Geistern wie möglich helfen. Okay. 240.000? Das hat so eine Menge Seelen. Kein Katashiro verfügbar. Okay. Okay, ich zurück zu unserer kleinen Tour. Nächster Halt, Yugensaka. Wir müssen hinter mir irgendwo lang. Geistransmitter über. In Shibuya wurden spezielle Vorrichtungen in ganz normale Telefonzellen eingebaut. Es handelt sich dabei um Geräte, durch die deine mit Katashiro absorbierten Geister sicher auf die andere Seite der Barriere übertragen werden. Ed, ein Freund von KK, nimmt sie in Empfang und hilft ihnen wieder ihre menschliche Gestalt anzunehmen. Je mehr Geister du beträgst, dass du mehr IP hältst, du versuchst, also so viele zu retten, wie du nur kannst. Okay. Was soll da für ein Zeichen da unten? Und, ist dieser App noch irgendwo am Leben? Sollte er zumindest sein. Aber hier läuft eh nichts nach Plan. Woher soll ich wissen, was der treibt? Dieses goldene Zeichen ist ja weird auf der Karte. Na, hier ist ja sonst nix. Okay, merkwürdig. So, jetzt erklärst du mir wahrscheinlich, was der Baum da zu bedeuten hat. Oder auch nicht. Oder ist auch ein Mensch drin. Hm, ganz normale Türverhalten da drüben. Oder voll, nur eine. Ach, da steht er. Warte, wenn wir uns anschleichen. Könnte dort vielleicht funktionieren. Ah, nee, er hat mich schon gesehen. Ja, okay, gut. Never mind. Ich glaube, mit den Bäumen müssen wir bestimmt auch noch was machen. Ein bisschen Angst, zu weit in den Nebel zu gehen hier. Das ist schon sehr strange hier. Oh! Vielleicht findest du dort ja was Nützliches. Ist das eine Katze? Genau genommen, ein Yokai. Ist wohl rausgekommen, als alle verschwunden sind. Lol. Willkommen, Miaunde-Freunde. Ich habe viele Miau- außergewöhnliche Waren, seh du, Yu-Yu-Yu. Okay. Okay. Hier kann man Kataschiro kaufen. Je mehr wir holen, desto einfacher wird, es Seelen zu retten. Ah! Und wir füttern. Vielleicht wir den Hund füttern können. 500 ist teuer, weil wir erst nur 6.000 Euro haben. Hier gibt es die ungewöhnlichsten Sachen. Eine japanische Süßspeise aus Klebereis, die auch an Hunde verfüttert werden kann. Was ist mit den Hunden hier? Wir haben schon ständig Gurken dabei. Dieses Gemüse ist sowohl frisch als auch eingelegt in Genuss auch für Kappa. Irgendwie kaufe ich ständig solche Sachen. Drei farbenfrohe süße japanische Teigkläuser auf einem Spieß. Oh, jetzt krieg ich Hunger. Klebereiskuchen mit Erdbeerfüllung. Japanische Süßspeise. Oh, hier gibt es N-Jean. Die sind lecker. Die Tasse mit äußerst schmackhaften Rahmen, die sich durch ihren hohen Salzgehalt auszeichnen. Eine magische Puppe aus Papier die Geister absorbieren kann. Je mehr du besitzt, desto mehr Geister kannst du gleichzeitig tragen. Ach, du Scheiße. Ein Besitz 10. Also kann ich 10 Geister gleichzeitig tragen, schätze ich. Die Musik hinterkommt. Sollte ich sowas schon kaufen? Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Ich kaufe einfach mal eins. Und vielleicht auch noch mal Hundefutter. Hast du hier hergestellt, das Hundefutter versuche, einen Hund damit zu... Ja! Warten wir mal direkt. Beste Mission. War's das jetzt? Komm, wir gehen. Ja. Ich muss aber noch mal zurück. Zum Hundi! Können wir direkt mal unsere Ausdauer testen. Komm, der ist noch da. Moni! Wie kann ich dich füttern? Streicheln? Wie kann ich dich füttern? Fertigkeiten... Oh je. Das Bewegungstempo beim Dokument ist um 30 Prozent erhöht. Das ist bestimmt nicht schlecht. Wir haben 10 Fertigkeitspunkte. Erzeugt Aether, wenn Gegner mit Schlagangriffen getroffen werden. Stimmt, das können wir auch machen. Erzeugt Aether, wenn du perfekt blockst, block genau in dem Moment. Er wird das Tempo beim Absorbieren. Kannst Gegner, die am Boden liegen, schneller auslöschen. Drücke in der Nähe eines am Boden liegenden Gegners L2. Oh, so war das bestimmt nicht schlecht. Vielleicht generiert zusätzlich 10 LP, wenn du einen Kern aus einem Besucher extrahierst. Ah. Können wir ja noch nichts machen. Brauchen wir 15. Ich glaube, das würde ich mal nehmen. Oh, das braucht auch 10. Das wird aber teuer hier. Okay. Wir wollten eigentlich ins Inventar. Hundefutter. Wo haben wir Hundefutter? Sieg. Hundefutter. Sehr schön, dass wir das sortieren können. Ach so, vielleicht brauchen wir einen Napf oder so. Hundi, hast du hier einen Napf? War das Hundefutter? Hundi, wo ist denn dein Napf? Ja, ich würde dir gerne was geben, aber wie? Kann ich nur streicheln? Oh, ein verfluchtes Video ist da irgendwo. Also, ich habe gerade mal kurz gegoogelt, man braucht wohl eine Art Spectral Vision, oder wie soll, die man wohl mit X aktiviert? Mit X springen, also scheine ich das noch nicht zu haben. Aber ich wüsste zumindest nicht, wie man das aktiviert. Deswegen müssen wir wohl leider noch ein bisschen warten. Tut mir leid, Hundi. Ah, ich werde wieder zurückkommen. So, und, hier muss eine Videokassette sein. Ist ja nicht, was damit gemeint ist. Hier vielleicht versteckt. Hotel Silent Nia. Hier ist auch keine Kassette versteckt. Was für eine Kassette? Spiel. Oh, hier. Versteckt. Was ist das? Eine Videokassette zum Aufnehmen von Filmen. Früher wurden damit in Japan häufig Fernsehserien aufgezeichnet. Ja, eine VHS-Kassette. Können wir auch noch. Wenn man die guten alten Filme drauf gesehen hat. Können wir damit jetzt machen? Können wir nur aufsammeln. Wo kann ich damit tatsächlich Filme gucken? Ein verfluchtes Video. Aha. Videokassetten benötigt zum Aufnehmen Videoband. Früher wurde damit viele Fernsehserien und Ähnliches aufgezeichnet. Die Aufschritte auf dieser Kassette klingt ziemlich unheilvoll. Verfluchtes Video. Ich glaube, in den Stern waren wir noch sieben Tage. Wenn wir das angucken. Die Aufzeichnung ist ebenso unheimlich, wenn auch schwer zu erkennen. Manche Flüche können auf Videoband aufgezeichnet und dann als Coupé von Band verbreitet werden. Dies gilt nicht nur für Filmaufzeichnungen, sondern auch für Texte. Selbst dieser Text hier könnte ein Fluch enthalten. Na, großartig. Schön, dass wir das mitgenommen haben. Toll. Glückwunsch. Also wenn uns gleich was passiert, wisst ihr Bescheid. Schön, dass wir das mitgenommen haben. So. Dann wollen wir mal hier hinten weiter gucken. Diese seltsamen Bäume. So, hier war die Katze drin. Dann können wir auch Dark Food kaufen. Ah, essen. Wir müssen in den zweiten Stadt. Können wir den Müll aufmachen? Ah, tatsächlich. soll jetzt auch nix tun. Okay. Nur Müll. Auch immer Müll. Cool. in Sancho. Wahrzeichen? Was für ein Wahrzeichen? Ich denke, ich entdecke schon wieder Dinge, die ich nicht sehe. Was für ein Wahrzeichen? Spiel. Ah, ein Wahrzeichen haben wir auf jeden Fall entdeckt. Cool. Das geht nicht. Okay. Dieser Regenschirm hier, der macht mich schon wieder fertig. So. Wir haben sowieso nix. Oh, dort können wir aufheben. Habt ihr Besucher gesehen? Eine Aufzeichnung von Ed, in der ihr über Besucher spricht. Ja, wow. Das hätte ich mir auch herleiten können von dem Titel. Das ist eins von Ed's Diktiergerin. Okay, da komme ich nicht durch. Kann er hier alles aufmachen? Ah. Was ist das denn? Eine Maske. Löwenmaske. Eine Kopfbedeckung für Löwentänze. Okay. Aber wir müssen wirklich noch tanzen hier. Ah, leider zu fett, da können wir nicht durch. Wohnst du hier? Wir müssen erstmal den Eingang freiräumen. Das ist doch frei. Anziebel. Oh. Oh Gott. Ja, so eine komische 4. Ah, ich kann halt auf dem Pad mal. Energie freisetzen. Aha. Handgesten. Für das im Gehen von Barrieren und sonstigen Hindernissen sind manchmal Handgesten erforderlich. Verwende oder um die verschiedenen Siedel laut Anweisung zu zeichnen und rocke dann L2 und R2, um sie zu vervollstehen. Okay. Na dann mal rein da. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020